dieser mercedes benz zitern ist hier zum verkauf angeboten fünf personen haben in diesem schwarzen band platz der kilometerstand des fahrzeugs liegt bei weniger als 5000 kilometern die erstanmeldung war mitte 2014 der ben bietet zahlreiche ausstattungsdetails wie esp isofix kindersitz befestigung party gefilter bordcomputer sitzheizung und vieles mehr das schaltgetriebe überträgt eine leistung von 90 ps der angegebene verbrauch des diesel beläuft sich auf 4,6 liter pro 100 kilometer kontaktieren sie uns wir informieren sie gerne näher sie 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 sie